Willkommen zum Update der Bedingungen am Großglockner. Mitte September ist der Großglockner etwas weniger überlaufen als in den Ferienmonaten, wobei die Bedingungen definitiv andere sind, als das im Früh- oder Hochsommer der Fall ist. Deshalb hier eine kurze Übersicht zum Thema Bedingungen am Großglockner Normalweg über die Adlersruhe. Vorsicht, ob die kritischen Spaltenbrücken noch bestehen, bereits durchgebrochen sind oder unter Neuschnee verschwunden sind, kann sich von Tag zu Tag ändern. Hier möchten wir euch nur einen ungefähren Eindruck der Bedingungen der letzten Tage zur Verfügung stellen. Im Hintergrund seht ihr nur etwas Material der letzten Glocknerbesteigung über den Normalweg. Wir zeigen hier nicht einen Tourguide und auch keine detaillierte Tourenbeschreibung. Der Gletscherrückgang und die späte Zeit führen zu einem langen Weg über flaches Schotter- und Felsgelände. Prinzipiell lässt sich hier die Orientierung nur mit Steinmännern vornehmen. Wer noch bei Dunkelheit den Weg zum Gletscher sucht, sollte definitiv eine starke Stirnlampe dabei haben, um den idealen Platz für den Gletscherübergang zu finden. Prinzipiell kann man sich aber gut an der Karte orientieren. Anfangs hat man am Gletscher hartgefrorenes Eis vor sich und nur langsam beginnt der harte Firn. Besonders spannend gestaltet sich der Übergang zum kurzen Klettersteig. Der Kalserweg führt gerade am Schluss am Gletscher durch eine Spaltenzone mit relativ großen Spalten. Hier ist ein gutes Auge für den idealen Weg gefragt, wobei eine tiefe Spur aushelfen kann. Problematisch wird es beim Einstieg zum Steig. Hier verlaufen einige große und tiefe Spalten, die allesamt vollständig geöffnet sind. Die Randkluft ist mittlerweile so groß, dass ein direktes Übersteigen zum Klettersteig nicht möglich ist und man sich am Gletscher etwas nach oben orientieren muss, um zum Steig zu kommen. Also geht es im Zickzack erst nach links und dann nach rechts, wobei hier eine kritische Schneebrücke zu überqueren ist. In den wirklich frühen Morgenstunden sollte sie noch brauchbar sein, später am Tag kann sie aber definitiv zu einer kritischen Komponente im Auf- und Abstieg werden. Dazu gleich mehr. Der weitere Verlauf ist zurzeit sehr gut zu begehen. Steigeisen werden am Weg über das Eisleitel schon gebraucht, die Firnflanke zum Felsteil ist gut zu begehen und noch nicht blank. Die seilversicherten Passagen lassen sich elegant links davon in vereistem, gut gespurten Gelände umgehen. Ab dem ersten Schild am Grat zum Kleinglockner können die Steigeisen abgenommen werden, sofern es keine vereiste Neuschneeauflage gibt. Ab hier sind die Bedingungen zurzeit ideal, das Vorankommen, vor allem wenn der Fels komplett trocken ist, geht enorm schnell. Der Abstieg zur Scharte bedarf nochmal etwas Vorsicht, da der schmale Stand am Ende des Stahlseils vereist ist. Ausrutschen ist hier aber definitiv verboten. Der restliche Aufstieg zum Gipfel gestaltet sich dank trockenem Fels und ohne Schnee sehr einfach. Der Abstieg über das Eisleitel ist etwas unangenehm, kann aber zu früher Stunden noch gut über den Aufstiegsweg gemacht werden. Ansonsten bliebe auch noch der Weg über die Fixseile links in Richtung des Abstiegs eine Option. Der Abstieg zur Adlersruhe ist zu dem Zeitpunkt meist schon sulzig, aber problemlos zu begehen. Spannend wird es nach dem kurzen Klettersteig unterhalb der Adlersruhe. Ab der Mittagszeit ist Steinschlag von oben kommend am alten Kaiserweg eine ernstzunehmende Gefahr. Weiters sind die dünnen Brücken nicht mehr als einwandfrei zu bezeichnen. Wer über den alten Kaiserweg absteigen möchte, dem sei empfohlen Seil- und Abseilgerät mitnehmen, zum Beispiel einen Tuber. Am Einstieg des Klettersteigs finden sich zwei gute Möglichkeiten mit großen Abseilringen, um sich in die Randkluft abzuseilen. Von da aus ein beherzter Schritt nach oben und man hat die spaltige schlechte Situation gut umgangen. Der Steinschlag jedoch bleibt. Eine Alternative wäre der Weg über die blaue Scharte bzw. die Burgwartscharte, welcher mittlerweile auch von den Kaiserbergführern empfohlen wird. Hierfür muss man sich beim Abstieg unter der Adlersruhe links halten und nicht nach rechts zum alten Kaiserweg abbiegen. Der Weg gestaltet sich als kaum schwieriger und baut jedoch deutlich mehr Abstand zwischen der Steinschlagzone und einem selbst auf. Mittlerweile ist ja auch gesagt, dass dieser Weg auch für den Aufstieg die bessere Wahl darstellt, da selbst in frühen Morgenstunden die Spaltensituation am alten Kaiserweg zum Problem werden kann. Sp outline Luis Profeiz Nine她ben The Word of古 The Word of古 Barstimmung Amjm